Ich darf wieder laden. Bitte. Ja, es gehört eigentlich ein Straf hinterher, wenn der's von hinten so reinschiebt. Ja, 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 stimmt. Und das hab ich jetzt nicht gesehen. Alles wasch, ahne, wenn geht, dann ist das schon in Ordnung. Bitte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, das braucht, das muss nicht so, da hinten so reinschieben. Zwischen 2 und 3. Nein, das ist ...